Arnold. Dieser Name steht international für effiziente und nachhaltige Verbindungssysteme auf höchstem Niveau. Auf der Basis des langjährigen Know-hows in der Produktion von intelligenten Verbindungselementen und hochkomplexen Fließpressteilen hat sich die Arnold Group seit mehreren Jahren bereits zu einem umfassenden Anbieter und Entwicklungspartner von komplexen Verbindungssystemen entwickelt. Im Bereich des Fügens von Blechen bieten wir hier Lösungen für den Einsatz im Stanz- und Presswerksbereich, in der automatisierten Montage und im Karosseriebau sowie dem manuellen Handarbeitsplatz an. Unsere Arbeit beginnt mit der Analyse Ihres Anwendungsfalls und der Erarbeitung Ihrer individuellen Lösungen. Wir bieten vielfältige Verbindungssysteme vom Einstanzen über Nieten zum Einpressen. Am Ende steht die passende Verbindungslösung und die angemessene Automatisierungstechnik für Ihr Vorhaben. Nach der Bestimmung des idealen Verbindungselements wird das passende System konfiguriert. Festigkeitswerte der Fügeverbindung und erreichbare Bauteilauslegung während der Serienproduktion stehen im Vordergrund, egal ob bei Vollautomatisierung oder Handeinlegeteil. Eine hohe Flexibilität und Schnelligkeit bestimmt unser Prototyping. Hier erstellen wir in kürzester Zeit seriennahe Funktionsmuster und Vorserienteile. Geprüft auf unsere hohen Qualitätsstandards und der gewünschten Auslegung. Die finale Montage und Prüfung der Verarbeitungstechnik erfolgt in unserem Montagewerk durch speziell geschultes Personal. Beim Prüflauf werden alle Systemkomponenten auf Genauigkeit und Funktionsfähigkeit geprüft. Herzstück des Systems ist das Arnold-Fördergerät, welches die Elemente automatisch, lagerichtig positioniert und in das Werkzeug transportiert. Der Aufbau und die Inbetriebnahme bei Ihnen vor Ort wird kompletiert durch unseren umfassenden After-Sales-Service. Schulungen direkt an der Maschine werden unterstützt durch unsere breite Auswahl an geeigneten Wartungsverträgen und Ersatzteilpaketen. Nutzen Sie unser Know-how für Ihr Produkt. Untertitelung des ZDF, 2020